Gute und schön dass du wieder mit dabei bist bei Star Wars Outlaws, ne? Wir holen uns das Plasterteil jetzt. Mal gucken wo die rumlaufen hier. Das ganze rumstehen macht mich hungrig. Mach mein Blatt, ne? Wo kommt denn der jetzt, ne? Geht er nochmal weg oder nicht? An der Seite ist niemand. Okay, der geht wieder zurück. Jawohl, konzentriert bleiben, ne? Was siehst du? Da holen wir uns Sim jetzt. Ich könnte bei einer Kassie nur vorbeischauen. Komm! Dann schleichen wir uns hier durch, ne? Glauben wir noch was? Ist schon stark. Siehst du was? Ich hab geduckt. Ja, ich hab zustanden. Ja und wie soll ich jetzt hier weitermachen? Hier rein gehen? Okay. Einmal außen rum. Okay. Stehen wir? Stehen wir? Kredits? Jawohl. 29 aber nur. Ah. Hier wird gebrützelt. Die Brützle. Untertauchen. Was siehst du? Ich melde mich, wenn sie versendet. Hast du was, Kleiner? Nun kommt's um die Brütze. Ich würde mit den Brützle nicht absch catastrophisch. Mmh. Gar nicht, ne? Dann gehen wir hier wieder rein. Oijojoj. Wo ist denn der Blaster? Kann der mich sehen? Sieht der mir zu? Nein. Mit meinem Haken kann ich hier nirgends was machen. Vielleicht kann ich ne Pause machen. Der sieht mich da. Ich war gar nicht da. Ich kann dir immer noch keinen Reim darauf machen. Ist hier jemand? Was? Alles gut, aber haltet euch bereit. Wie soll man sich bei dem Lärm konzentrieren? Ich bin leichter, Alter. Jetzt zieht mich doch. Leicht ist es nicht, ne? Die Schleicherei, da. Ich seh nix, ne? Von der Seite? Ne, gar nix. Oh, hier. Ach so, da bin ich schon hochkommen. Von der Seite? Von der Seite? Ne. Ich musste entlang. Hier. Kann ich mich durchspannen? Oh Gott. Wo ist meine Verstärkung? Oh Gott. Was? Oh Gott. Was? Wie soll man sich bei dem Lärm konzentrieren? Wie soll man sich bei dem Lärm konzentrieren? oh man ich hab doch grad gedrückt du hast mich doch gar nicht die habe ich rausgeschmissen darf ich mich nicht erwischen lassen ich mache das schon entspann dich mal da kriegt auch eine mit ich sollte mich mal melden ich sollte mich mal melden ich will mich aber ich kann nirgendwo entlang welche richtung er läuft hier entlang aber das scheint normal bin ich fertig ich kann dir immer noch keinen aufmachen wie soll man sich bei den lärm konzentrieren ich kann dir kaum einen klaren genannten fassen alles ruhig kein grund zur sorge ich bin hier auf dem bergen hier teile ui da ist auch nicht mehr ich muss mich jetzt alle hier kann ein verfolger leicht abschütten Wie soll man sich bei den Nerven konzentrieren? Das werde erledigt. Fürs Erste ist es nicht. Das ganze Raum steht noch nicht. Was siehst du? Das ist genug Aufregung für einen Tag. Ich habe den weg. Ach, die haben mich so. Da bist du gleich erwischt. Okay. Dann nicht. Dann müssen wir uns nochmal beeilen. Was ist heftig? Kommt doch nicht durch, ne? Wenn da einer sagt, der schafft das beim ersten Mal gleich so durch. Oder spielt euch einen so vor. Das ist gelohnt. Kennst du hier nehmt's aus? Oder hat das Spiel schon lange gespielt? So. Abseilen. Kommt, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Meine Zone ist sicher. Halt die Klappe. Meine Zone ist auch sicher. Nein, da sind zwei da unten. Da oben sind zwei. Ist hier jemand? Ich sollte meine Zerberg-Party suchen. Dann hier oben. Dann hier oben, ne? Ich fühl mich wie auf dem Präsent. Das ist immer was. Lauf da einfach mal mit. Bei mir ist alles ruhig. Das Imperium ist dieser Tage auch überall. Kommt mir bitte nicht hinterher. Das ist gut, ja. Wir gehen wieder zurück. Das ist gut, gut, gut. Das ist mir. Schmuckle versteckt, ne? Wie soll man sich bei den Lern konzentrieren? Hast du was, Kleiner? Wo ist er denn? Hast du was, Kleiner? Wo ist das? Wo ist das denn? Kommen ich hier jetzt vorbei? Oh, das sieht doch gut aus. Oho. Siehst du was? Da steht einer. Weißt du, das hier? Die Krüche ist jetzt mal weg, ne? Was siehst du? Was siehst du? Ui, ui, ui. Ich mache Patrouille hier. Ich bin gar nicht da. Oh, ich finde jetzt den anderen, ne? Ich habe nicht mehr Kontakt gelangt. Geht wieder zurück. Oho. Oho. Oh bitte bitte Hattest du jetzt Glück? Ich glaube das ist ja Hm, wie soll das jetzt hier gehen? Ich gehe durch, wenn es was machen wir Ich kann mir immer noch keinen Eintopf machen Da, ganz vorsichtig Gehen wir jetzt hier rein? Nix, den Hebel So, da bin ich schon mal drin Das war jetzt knapp Was haben wir denn hier schönes noch? Was? Irgendwas passiert Irgendwas passiert Wie ist es hier irgendwo? Hier kann man Verförgericht abschätten Halt das unten nix Du was? Ach du, da bist du ja auch wieder still Okay, brauchst du ja hier ne Hm, das muss der Unterschlupf sein Stehen wir mal ein bisschen was Hey Das dürfte passen Deine Info war Gold wert Ich hab das Teil Hast du ne Werkstatt oder so, die ich benutzen kann? Ich hab was besseres Auf der Bahnbrecher gibt's ne Werkbank Die ich zum Laufen gebracht habe Außerdem habe ich das Schiff zu einem richtigen Dock In einer Siedlung namens Jaunters Hoffnung gebracht Da ist es netter, bequemer Äh, na gut Alles sauber Alles sauber Also gut, zurück auf eure Pappen Hm, gut Hm, interessant Ich fühl mich wie auf dem Präsentiert hinab Zurück an die Arbeit Könnte nützlich sein So Ich hab keine Schlüsselkarte, verdammt Ich hab keine Schlüsselkarte Kannst du hier Den Ich hab keine Schlüsselke Geh Ja Ich hab keine Schlüsselkarte Ich hab kein Schlüsselkarte Und jetzt hab ich's richtig! Übertragen! Oh yeah, okay. Der schlimmste Planet, auf dem ich je war. Wie soll man sich bei diesem Lärm konzentrieren? Hm. Ich geh mir jetzt noch mal raus. Ich kann nicht ganz lange hier draußen bleiben. Ich bin der Lärm konzentrieren. Ich bin im Strand. Da kommen die Gradier an. Hast du was Kleiner? So, dann kann ich hier wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück. Ich bin gar nicht da. Was war denn das jetzt? Die waren aber schnell getriggert hier. Ich bin hier raus. Und dann hier raus? Da hat uns keiner gesehen. So, weg hier. Wo kommen wir ab Kilometer jetzt? Okay. Okay. Schiff. Und Kleitermechanikerin. Das hatte ich schon mal. Wo bin ich denn jetzt? Mit der Karte kommt ich auch nicht so ganz klar. Jetzt ist es noch weit weg hier unten. Ich bin hier, ne? Ich bin denn? Hä? manche reise hier und danke dann spiel draußen hier unten draußen hier ist das noch jetzt und hier ist mein leider wir haben alle gleiter upgrades die man braucht habt ihr verbessern wir es und es geht noch nicht wenn sie eine schiffsmechanikerin brauchen eine bessere gibt es nicht ja auch komm, guck mal hier Kipp nicht verfügt, also weil ich noch kein Raumschiff habe gut, ausdrehen Daneben ein andermal haben wir noch nicht so viel ich muss da hinzufahren dann schauen wir mal, wo uns das hinführt ich bin schon mal auf die Knauze gefallen mit dem Ding festhalten ja, festhalten, ne ok, beim Fahren können wir hier auch uns heilen so sieht unser Leben jetzt wohl aus was nix wir sind allein also komplett allein mit einem Todesball aber wir können es loswerden wir brauchen nur genug zum überleben bis wir einen großen Kuh landen einen großen Kuh dann sind wir gemachte Leute wie weit genau wie weit genau da fahren wir schnell nochmal dahin naja so, das tut bei Burner ist das Game auch wieder nicht muss ich mal ganz ehrlich sagen wir wurden von Piraten angekriechen hört mich jemand keine Zeit da soll ich nochmal hingehen komm wir gehen nochmal hin Dider lasst die Knau warte auf halte sie aus nix jetzt kein Luchs bisschen gut das sind die guten ja hat mich einer von hinten erschossen was war das jetzt jetzt habe ich keine zeit mehr ist denn das teil mein fahrzeug 0,7 km hier in die richtung bitte entschuldigung ja Das war's. Was soll ich denn hinfahren? Ich kann hier hin, ne? Meine Güte! Ist das jetzt mein Schiff? Will ich mal hoffen, ne? Alles andere wird schwach. Cool, ich kann hier alles nehmen jetzt. Was ich ja vorbestimmt habe, ne? Nee, 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 nee. Laude, coole Sachen. Das ist der Modifizieren. Ich glaube, jetzt wird's doch noch geil. Ich bin hier. 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 Das ist mir zu bunt. Machen wir mal einen hellen, ne? Puh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Danke, mein Blaster wäre dann soweit. Willst du mir jetzt diesen Auftrag geben? Ja. Belo meinte, dass du bei ihm warst. Ich schicke dir den Fundort des Lagers. Verschaff dir Zugang und nimm alles mit. Alles klar. Das, äh, schaffe ich. Gut. Komm nach Yontas Hoffnung, wenn du fertig bist. Okay, wir brauchen den Respekt von den Syndikaten, sonst kriegen wir keine Premium Waffen, ne? Irgendwann mal. Oh, Kleidungsschrank. Wir kommen jetzt hin und mal um. Find ich cool. So, und die Hosen hier. Okay, das nehmen wir. Bisschen anderen Look, ne? Eine Tasche, oder? Na, ich mach lieber so Verbände dran. Kannst du nur eins aufwählen, schade. Sonst hab ich auch nix, ne? Na, gut gebrochen. Ihr Lehrer hatte recht. Slyro hat ein Todesmal auf mich ausgesetzt. Na gut. Dann müssen wir uns was einfallen lassen, bevor Sir Rigbesch uns findet. Wollen wir jetzt schon wegfliegen? Die Leute sind ein Gerät oder ihr Busch. Dann haben wir noch eine nome, Begratung. Oh, nein, zu Hause. So, das war es mir. den leute wie es weitergeht machen wir in der nächsten folge einleiten abonnieren und ich sag dann mal ich bin raus ist denn